Rechts abbiegen. Nach 600 Metern nimm im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Nach 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Danach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nach 600 Metern links abbiegen. Nach 200 Metern rechts 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 abbiegen. Nach 800 Metern rechts abbiegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.